Guten Morgen, Freunde. Wir sind gerade auf dem Weg zum Cary Forest Explorer Drive, bzw. wir sind schon da. Wir wissen nur nicht, wo es lang geht. Das eine Schild zeigt nach rechts, da vorne ist noch ein Schild, das zeigt nach geradeaus. Und wir haben keine Ahnung, wo wir jetzt langfahren sollen. Da ist nämlich ein Baum, auf den Ali draufklettern will, der 60 Meter hoch ist. Die ist ein bisschen lebensmüde. Ich werde das sicher nicht machen, aber Ali wird die GoPro aufsetzen, also kommt er natürlich auch mit. Ja, und wir werden erst mal gucken, wo es jetzt lang geht. Ja, und wir werden erst mal gucken. So, Freunde. Wir sind jetzt bei diesem komischen Tree Climbing angekommen. Und wie es hier schon steht, ist das gefährlich. Also eigentlich nicht, aber ich drehe mir das natürlich schön ein. Da oben soll es hingehen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich mich das traue. Ich glaube nicht, aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal anfangen und mal gucken, wie weit ich komme. Also ich werde wahrscheinlich eh nichts filmen von da oben, weil ich die Kamera in die Gürteltasche tue. Aber mal schauen. Aber mal schauen. Vielleicht macht Ali von oben eine Aufnahme. Aber mal schauen. So Freunde, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, bin ich doch eine kleine Strecke hochgelaufen. Auf der Hälfte der Hälfte habe ich dann leider aber doch gestoppt, weil dann Leute hinter uns kamen und ich ein bisschen unter Druck geraten bin. Ja, jetzt fahren wir zum Glucaster-Tree, das ist ein anderer Tree, der genauso hoch ist und mal gucken, vielleicht traue ich mich da ja höher, ansonsten nehmt Ali die GoPro mit und ihr werdet trotzdem mitgenommen. So, wir sind jetzt noch einmal bei dem Baum und zwar gab es einige Komplikationen. Bei dem anderen Baum gab es nämlich überhaupt keine Sicht mehr, weil der ganze Himmel komplett zu mit Rauch ist, weil hier in der Nähe irgendwo ein Feuer sein soll. Also, jetzt sind wir halt nochmal zu dem Baum gegangen und Ali klettert jetzt hier nochmal hoch und ja, dann fahren wir weiter Richtung Perth. 2. 3. 3. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 10. hallo freunde seht mal was links neben mir ist und jetzt schaut mal nach unten ja das bin ich gerade geklettert und ich lebe noch und ich bin ultra nervös aber jetzt geht es wieder runter so ich bin jetzt wieder unten das adrenalin ist gerade ein bisschen gesunken schon wieder da oben war ich den weg bin ich einmal hochgeklettert ich bin echt überrascht dass ich so weit gepackt habe ali ist immer noch auf dem weg die wird es durchziehen bis ganz oben ich weiß gar nicht ob man sie jetzt sieht da über der plattform ist sie gerade und ja ali du hast schon dreimal rum geschafft ein einziges mal noch dann bist du oben ja wie ihr es gerade gehört habt sie ist fast oben einmal muss sie noch rum und ich warte hier unten und drehe meine runden ja ich muss auf jeden fall erst mal wieder ein bisschen runter kommen so so wir sind jetzt beide wieder unten wollen jetzt eigentlich losfahren und ja so viel zum thema brand ich weiß gar nicht ob man es genau sieht aber da hinten brennt es auf jeden fall und wir stehen genau daneben und deshalb machen wir uns jetzt mal schnell aus dem staub so 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 so